Willkommen zur 500-Euro-Runde. Welche dieser zwei Schlagzeilen setzt auf Gefühle und welche setzt auf Fakten? Easy. Schlagzeile A. Das Wort Horror wird nur dazu benutzt, uns zu ködern. Das ist richtig. Es gilt, je dramatischer, umso besser. Auf zur nächsten Runde. Emotion oder Fakt? Oh, der Arme. Warte, nice try. Das ist eine Fangfrage, denn beides versucht, starke Emotionen in uns auszulösen. Das hier appelliert an unser Mitleid und das hier an unsere Ängste. Ein paar emotionale Wörter, dramatische Bilder und schon sind die Fakten egal. Aber nicht für dich. Gratulation! Hey, ey, wach auf. Ich hab sowas Verrücktes geträumt. Ja, irgendwas mit Emotionen und Fakten. Weird. Wenn's emotional wird, lass den Verstand an.